Ich glaube, der durchschnittliche Deutsche hat gar keine Ahnung, was so Investmentbänker eigentlich wirklich verdienen. Die haben keine Ahnung, dass es da teilweise 21-Jährige, 22-Jährige gibt, die nach ihrem BWL-Studium schon mit einem sechsstelligen Jahresverhalt einsteigen. Und noch viel weniger kann man sich vorstellen, dass das auch für einen selber möglich sein könnte.